Servus Leute, da bin ich wieder. Ein ganz spontanes Video heute. Ich war nämlich gerade beim Lidl Eikhafer und habe gesehen, es gibt wieder das Outdoor-Messer vom Lidl mit Feuerstahl. Müssen wir natürlich direkt ausprobieren. Und es gibt noch ein kleines Update, beziehungsweise großes Update zum Odenwolf W1. Da gibt es jetzt nämlich den B2 Stahl. Ja, falls euch das interessiert, dann bleibt da dran. Viel Spaß. Ja Leute, ich bin gerade eben vom Schaffenhofen gekommen, wollten wir noch was zu essen holen beim Lidl. Und dann habe ich gesehen, es gibt wieder das Lidl Outdoor-Messer mit dem integrierten Feuerstahl. Da habe ich schon mal zum alten Modell ein Video gemacht und da haben mir ein paar Sachen nicht so gut gefallen und deswegen konnte ich natürlich nicht dran vorbeigehen. Testen wir jetzt ganz kurz. Ihr seht, ich bin daheim, ich bin jetzt nicht groß in der Wald. Es wird nämlich gerade dunkel, deswegen müssen wir uns ein bisschen sputen. Aber als allererstes möchte ich euch noch darauf hinweisen und zwar das Odenwolf W1. Ich habe es schon so oft gezeigt und so oft vorgestellt. Ist also wirklich mein absolutes Lieblings-Backup-Messer und ich würde sogar so weit gehen, dass es das beste Einsteigermesser ist für Outdoor, für Bushcraft, als es einfach von der Preis-Leistung her top ist. Hat ein Stahl-Upgrade bekommen. Und zwar ist es jetzt nicht mehr der 440er Stahl, sondern es ist jetzt der D2 Stahl. Deswegen zeige ich euch jetzt mal ganz kurz das Messer hier. Das ist jetzt die blanke Version hier. Schöner Flachschliff bis unten. Gummigriff, mit dem ihr richtig gut Grip habt auch. Ist vor allem eine Full-Tank-Bauweise. Und kostet, glaube ich, will euch nicht an Lüge. Ich meine 40 Euro. Genau. War bisher immer der 440er Stahl, was mir auch völlig gelangt hat. Und der 440er war früher ein geiles Stahl und heute ist das immer noch. Ich brauche keine super, mega, high-end, pulver, metallurgische Stähle. Allerdings finde ich, dass der D2 Stahl ein richtig geiles Upgrade ist, weil ich stehe komplett auf D2 Stahl. Genau. Großes Review machen wir jetzt nicht dazu. Aber ich wollte natürlich das Lidl-Messer Review dazu nutzen, um euch das kurz zu sagen. Farbe ist alles gleich geblieben. Hier die taktische, ähm, kein Kydex, was ist das? Ach, mir fällt der Name ein. Auf jeden Fall diese Kunststoffscheide, diese taktische, wo ihr hier überall Sachen dran machen könnt, Feuerstahl und so weiter. Und es gibt die Klinge immer noch hier mit dem, das W-Flat, mit dem gerade Klinge Rücke, mit dem ihr auch in der blanke Version richtig geil, na wo sie immer, der Feuerstahl anreißen könnt. Und es gibt natürlich auch unzählige andere Farbe, zum Beispiel hier in Schwarz und der Scandi. Auch um Scandi hat man ein bisschen was gemacht. Soviel ich weiß, wurde hier eine minimale zweite Phase hier drauf gemacht. Also es ist eigentlich kein richtiger Scandi, würde ich da mal behaupten. Aber es soll einfach ein bisschen vorbeugen gegen Klinge Ausbrüche. Ja, die Variante gibt's, aber jetzt genug zu dem Messer. Natürlich, wenn ihr euch interessiert, schaut im Shop vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Code Kurpfahls10, spart er 10%. Aber jetzt kommen wir mal zu diesem Teil hier, weil das will ich unbedingt wissen, ob sie das verbessert haben. Deswegen, wir schneiden es mal auf. Klingeschutz weg. Die Hülle raus. Beschreibung brauchen wir keine. So, dann zeige ich euch das erste Mal hier. Also diesmal in Grau. Ich glaube, das letzte Mal war es grün. Wir haben hier eine Klinge. Ich kann euch nicht sagen, wie lang. Ziemlich dünn auf jeden Fall. Ich würde mal behaupten, zwei Millimeter, zweieinhalb Millimeter. Hier ein schöner gummierter Griff, dass ihr auch ein bisschen Grip habt. Der Rest hier ist Plastik. Und hier eine zweckmäßige Kunststoffscheide. Und das Geilste hier hinten drin, der Feuerstahl. Das will ich gleich mal austesten. Denn der Feuerstahl, der war das letzte Mal ziemlich locker drin. Ja, es geht. Er klipst besser ein, wie das letzte Mal. Aber er ist trotzdem noch ein bisschen... Ja, er könnte immer noch fester sein. Muss ich leider sagen. Also ich hätte da wirklich auf Dauer Angst, dass ich den verliere. Aber da kann man sich ja ein bisschen Panzertape oder so ein bisschen behelfen. Trotzdem, mal kurz und knapp vorher gesagt, das Messer kostet, glaube ich, sechs Euro. Ein Outdoor-Messer oder Backup-Messer für sechs Euro mit einem Feuerstahl. Das kann nicht so falsch sein. Stahl kann ich euch gar nichts dazu sagen. Wir haben hier einen leichter Hohlschliff. Ich zeige euch einfach mal den Vergleich zur Klinge. Das hier sind knapp unter zwölf Zentimeter, das W-Flat. Also ihr seht schon, das ist nochmal ein guter zwei Zentimeter Unterschied. Und natürlich hier Klinge, ganz klar. Unterschied wie Tag und Nacht. Aber das heißt, dass es deswegen schlecht ist. Wir fangen mal an mit dem Feuerstahl. Das interessiert mich eigentlich am meisten. Muss man natürlich erst einmal wieder das Material runter machen. Scharf angeschliffen ist der Rücker auf jeden Fall. Und das geht auch ganz gut. Ja, ohne Probleme. Deswegen holen wir uns gleich mal ein Stück Holz und machen das, was ihr alle nicht wollt, dass man es mit dem Messer macht. Der Batone. Also kommt mal. So, ich hoffe ihr seht was. Ich sehe nämlich gerade gar nichts. Es wird nämlich gerade wirklich dunkel. Aber ich hoffe mal, dass die Kamera das ein bisschen alles aufhört. Also brauchen wir nicht schwitzen. Es ist ein Schnitzmesser und nichts zum Batonen. Trotzdem probieren wir es. Aber als erstes Mal schnitzen wir natürlich. Also scharf ist das Messer. Gar keine Frage. Das passt soweit. Ja, das ist wirklich gut scharf von der Auslieferung. Da kann man gar nichts sagen. So, vielleicht jetzt mal ganz fies. Der Vergleich zum Rehmodell hier. Ja, das ist schon nochmal ein Unterschied. Brauchen wir nicht drehen. Also das geht ganz anders ins Holz natürlich. Der Flachschliff hier vom B-Flat. Aber ja, das soll jetzt auch kein Vergleich werden von den zwei Messern. Ich will es einfach nochmal kurz zeigen. So, hauen wir mal hier ein Stückchen weg. Gehen wir mal sogar quer rein hier. Nehmen wir mal den Knüppel. Also das ist wirklich Fatzdrucken, das Holz. Das müsste Buche sein. Da traue ich mich fast nicht mit dem kleinen dran. Nehmen wir mal ein dünneres Stückchen. Also Spaltkraft natürlich gleich Null. Achso, ja dann schon der Feuerstahl draußen. Aber wie gesagt, das ist auch ein Schnitzmesser. Und kostet 6 Euro. Also da muss man schon Abstriche machen. So, jetzt machen wir uns mal ein paar Späne hier. Alles ein bisschen hektisch heute. Ich weiß, aber wir müssen uns beeilen. Sonst wird es einfach zu dunkel für die Kamera. Jetzt würde ich mal sagen, ohne Kienspann rein zu machen oder irgendwas, hauen wir hier einfach mal ein bisschen mit dem Feuerstahl rein. Der ist halt recht kurz, aber das macht ja nichts. Guckt mal, funktioniert doch einwandfrei. Buche Holz Trockenes. Also ihr seht, auch mit dem Messer hier kriegt man Feuer hin. Ja, was will man denn mehr? So, wenn man natürlich ein bisschen mehr Funke machen will, ne? Dann nimmt man hier zum Beispiel den letzten Feuerstahl eines Lebens vom Rainer Rossmann. Und nimmt natürlich ein größeres Messer, dann Striker. Und dann hauen wir hier mal richtig los, richtig auf die Kacke. So, das reicht jetzt aber auch. Ich will mich hier auch noch hinsetzen. Also, setze ich mir nicht mal hier in meine Sauerei wieder rein. Das Lidl Outdoor Messer. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Es ist ein kleines Mini Messer. Es hat wirklich eine Mini Klinge. Es sieht auch aus, als würde die Probationen nicht ganz Stimme von Griff zu klingen. Aber, mal ganz ehrlich, es liegt gut in der Hand. Der Feuerstahl macht mir ein bisschen Sorge, dass er wieder verloren geht. Aber ansonsten, ihr habt gesehen, ihr könnt ein bisschen Hoboholz mit spalten. Ihr könnt schön schnitzen damit. Es hat einen Feuerstahl integriert. Es hat eine zweckmäßige Hülle hier mit einem Clip hier hinten. Leute, sechs Euro. Die eine schreibe jetzt wieder, stell nicht so ein billiges Mist vor. Die andere Sache wieder, geiles Messer und so. Ich würde sagen, für das Geld ist es top. Wenn man natürlich ein gescheites Messer will, sollte man ein bisschen mehr dafür ausgeben. Aber als Backup Messer oder wirklich als ganz, ganz, ganz günstige Alternative, ja warum denn nicht? Ich habe mir das doch jetzt auch wieder gekauft und ich habe mehr als genug Messer. Deswegen, ich finde es ganz schnucklig. Mir hat es gefallen. Oder mir gefällt es, besser gesagt. Schaut es euch nochmal an. Richtig schönes, kleines Backup Messerchen. Ist doch nicht verkehrt, im Gottes Willen. Kann man es werfen? Ich glaube es fast nicht. Oh Gott. Ja doch, es geht. Ist halt ein bisschen arg leicht. Ja, das soll es gewesen sein. Sehr spontan, sehr chaotisch heute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wie gesagt, falls ihr euch für das W-Modell, für das W-Flat interessiert oder für das W-Scandi, schaut im Shop vorbei. Mit dem Code Kurpfalz10, um es nochmal zu sagen. Spart er zehn Prozent. Und ganz ehrlich, ihr wisst, ich bin Odenwolf-Fan bzw. Wolfgangs-Fan, hat man ja früher gesagt. Ich finde die Messer geil, sonst würde ich sie nicht vorstellen. Und das ist wirklich eins von meinen liebsten Messern. Also die zwei jetzt natürlich nicht. Die habe ich ja jetzt auch erst neu. Aber das W-Flat mit der blanke Klinge. Ich finde es einfach geil. Ihr kriegt für, ich glaube, 40 Euro, kriegt da ein Full-Tank Messer. Mit einer schönen Klinge, mit aus D2 Stahl jetzt auch noch. Ein guter Grip, der auch bei Nässe und Regel wirklich sicher ist, wo sich gut anfühlt. Also, ja, da gibt es für mich nichts. Das ist ein geiles Messer. Ganz einfach. Wenn ihr Wert drauflegt, wegen Feuerstahl anreißen, Tipp von mir, nehmt die blanke Klinge. Die geilste Optik ist Olivengriffschale und Stonewash-Finish. Aber bei jedem Stonewash-Finish, bei jedem Messer, habt ihr hier nicht mehr so die scharfe Kante. Also ich kriege trotzdem ein Feuer mit an. Aber wenn ihr euch das schwer tut, wenn ihr Anfänger seid, nehmt eine blanke Klinge. Das ist nur mein Tipp. Weil dann, um es einfach nochmal zu zeigen, weil ich den Feuerstahl so geil finde, dann könnt ihr hier nämlich richtig Action machen. So, das war's. Ich bin raus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, Daumen hoch, nicht in den Kommentar. Schreibt mir mal, was ihr vom Lidl Messer oder vom neuen W-Flat haltet. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dort noch. Ciao. 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 Vielen Dank.